Um ein richtiger Held zu werden, verlangt es Disziplin und Teamarbeit. Ihr solltet lernen, wie man das Böse bekämpft und nicht euch. Alpha-6-Formation, auf geht's! Aqualit, bleib in Formation. Mach ich doch, du hast die Position verlassen. Äh, hast du gerade Alpha-5 oder 6 gesagt? Leute, das war ganz schön aufregend. Hey, wenn wir erwachsen sind, könnten wir uns zusammentun als Verbrechensbekämpfer-Team. Das ist die dümmste Idee, die ich je gehört hab. Wir haben dich auf frischer Tat ertappt, Firefly. Und wir werden dich grün und blau schlagen, wenn du nicht freiwillig aufgibst. Batman, dein Farbenspiel beeindruckt mich gar nicht. Dein roter Prismastrahl ist wirkungslos gegen Objekte der gleichen Farbe. Dieser Regenbogenrandal ist vorbei, Firefly. Ein cleverer Trick, dein Kostüm jede Nacht zu wechseln, um meine Waffen zu neutralisieren, Batman. Aber du vergisst, ich bin der Mann der tausend Lichter. Heiliger bunter Firlefanz, was ist das denn? Dynamisches Duo, darf ich vorstellen, die Regenbogen-Kreatur. Jede Farbe hat ihre eigene seltsame Macht. Jede Farbe hat ihre eigene Macht. Heilige letzte Minute, Batman. Wir sind noch nicht ganz im grünen Bereich. Catwoman spielt noch ein gefährliches Spiel mit uns. Er hat recht, Wunderknabe. Im besten Fall bist du ein Kauknochen für meine geliebte Hekate. Eigentlich geht es mir heute und für immer nur um Batman. Hört zu, meine treuen Untertanen. Euer Pharao gebietet euch, dass er jetzt euren Safe öffnet und mir den Schatz bringt, der sich dort verbirgt. Stehenbleiben sofort! Und nun gehorcht mir, sonst werdet ihr fortan die Sklaven des Anubis sein! Ein Bankraub? Eine Top Story! Batman und Robin sind da, aber wieso sind sie als Mumien verkleidet? Ah, das dynamische Duo! Ich warte schon ewig darauf, euch zu meinen Liedern zu machen und ihr seid richtig gekreidet! Euch trifft der Zorn des Osiris! Bei der Macht von Horus, das ist doch nicht möglich! Tut mir leid, Pharao. Unsere Bandagen sind in Buttermilch getunkt, der einzige Schutz gegen deine Strah- Es funktioniert nicht! Vielleicht machst du's nicht richtig! Das hab ich gerade gemacht! Äh, Jungs! Sieht so aus, als würde die Kanone per Fernmodul gesteuert, das per kabellosem Energietransfer funktioniert! Was soll ich sagen? Ich spiele viele Videospiele! Kannst du sie abstellen? Naja, ich werd's auf jeden Fall riskieren! Wir müssen versuchen, das Schiff manuell von der Stadt wegzulenken! Oh-oh! Verlasst nicht eure Posten! Ubo gehört mir! Bei dem funktioniert das nicht! Omega-Alarm! Officer braucht Verstärkung! Am besten die ganz große! Mit einem Zwei-Tonnen-Safe gehst du zum Vordereingang raus? Oh Mann, du bist ungefähr so subtil, wie du klug bist, Grandy! Und wer übernimmt das Kommando? Du garantiert nichts, Spatznern! Das steht fest! Als ob du es besser machen würdest! Ich schlage vor, wer die meisten Bösen schnappt, wird der Anführer! Was sagt ihr dazu? So machen wir es! Klasse, Robin! Das war einsame Spitze. Danke, Speedy. Aber bevor wir uns mit echten Bösewichtern anlegen, haben wir noch jede Menge hartes Training vor uns. Team? Hast du nicht gesagt, das wäre eine dumme Idee? Aber das war, bevor ich Einführer wurde. Du bist kein Gegner für meinen Liebling, dunkler Ritter. Dann ist es ja gut, dass ich noch eine Änderung an meinem Kostüm vorgenommen habe. Was auch immer du vorhast. Du lässt es besser. Zum Glück ist die Wirkung nur temporär gewesen. Aber Firefly wandert für immer ins Gefängnis. Noch kannst du dich ergeben, Catwoman. Wir beide wissen, wie das ausgeht. Am Ende leckst du hinter Gittern deine Wunden. Das, meine verwirrte Fledermaus, ist eine seltene Blüte, die den Namen Teufelskuss trägt. Und wenn sie deine tugendhaften Lippen berührt, bist du mein willenloser Sklave. Für immer. Das erklärt dann dein Ausflug in den Dschungel, du verschlagene Verführerin. Aber ich habe auch eine Geheimwaffe. Ich habe auch eine Vernehmatung, Neue Ahnung. Huh? Ich habe auch eine Geräte, wenn du bist. Ich habe noch ein Geräte, für immer noch ein Geräte. Ja. Hier ist es ein Gerät. Seid verflucht, ihr maskierten Rächer! Gut gemacht, Batman. Du auch, Robin. Ich würde sagen, den Fall haben wir gut abgewickelt. Bist du sicher, dass du keine Hilfe brauchst? Halt die Klappe und steuere! Ich krieg das schon hin! Die Klappe und steuere! Hör zu, ich kann dir helfen. Dreh du weiter ab. Ich hab ne Idee. Hab ich dich. Sitz, Ubu. Sitz. Ich mag zwar klein sein, aber hier bin ich der große Held, der das Sagen hat. Kein Boss. Keine Vorträge. Und das Beste daran ist... Ich darf den ganzen Spaß allein genießen. Er gehört Ihnen, Officer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020